Musik Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. An meiner Seite heute Sebastian Ehlers aus der Fraktion der CDU in der Stadtvertretung von Schwerin. Er ist auch gleichzeitig Fraktionsvorsitzender, arbeitet aber auch im Landtag. Wie wirkt sich das aus, diese Beziehung zwischen Landtag und Stadtvertretung? Ist das sozusagen fruchtbringend, positiv, sodass Sie immer sozusagen die Anliegen der Stadt gleich in den Landtag reintragen können? Na gut, ich könnte die Anliegen der Stadt natürlich noch besser in den Landtag bringen, wenn ich Abgeordneter wäre. Das hätte beim letzten Mal nicht ganz geklappt. Nein, aber auch so ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man eine enge Anwendung hat, auch weiß, was auf Landesebene passiert und natürlich da auch die Interessen der Stadt auch dann schon mal ansprechen kann in der eigenen Fraktion. Ja, wir können es ja gleich vorwegnehmen, brauchen auch nicht um den heißen Brei herumreden. Sie wollen, dieses Jahr ist ja Wahlkampfjahr für den Landtag, Sie wollen auch für Schwerin im Landtag eine Stimme sozusagen bekommen, eine noch stärkere Stimme. Was wollen Sie da letztendlich mit einbringen? Na, ich glaube, es ist wichtig, dass Schweriner wir im Landtag besser vertreten. Das CDU hat zurzeit keine Abgeordneten aus Schwerin. Und wenn es darum geht, auch die Interessen unserer Stadt durchzusetzen, glaube ich, brauchen wir da starke Stimmen und Leute, die auch auf Landesebene ganz gut vernetzt sind, gute Kontakte haben. Und deswegen möchte ich gerne kandidieren, weil wir schon sehen, dass wir in einigen Bereichen, denken Sie an das ganze Thema Theater, denken Sie an eine neue Buga-Bewerbung, eine mögliche, dass wir da natürlich Unterstützung des Landes brauchen werden. Ja, gehen wir aber nochmal zurück auf 2015 und unsere Themen sind natürlich heute die Schweriner Themen. Auch in Schwerin hat natürlich das Thema Flüchtlinge eine große Rolle gespielt. Wir haben hier Sternbuchholz, wurde eingerichtet als Erstaufnahmeeinrichtung des Landes. Dann natürlich auch Notunterkünfte. Wie war da die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Fraktion der Stadtvertretung? Also nach anfänglichen Startschwierigkeiten war das, glaube ich, ganz in Ordnung. Man muss ja sehen, wir haben einen neuen Dezernenten gehabt, der gleich ins kalte Wasser geschmissen wurde mit dem Thema. Und das hat nachher eigentlich ganz gut funktioniert, was die Kommunikation angeht. Und ich glaube, auch die Zusammenarbeit Stadt und Land war da wirklich sehr vorbildlich, auch wenn man sich andere Länder ansieht, wie es da läuft. Und wir haben ja das geschafft, dass Ende des Jahres, November, Dezember, waren dann auch alle Notunterkünfte leer. Die Flüchtlinge waren also regulär dann betreut in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, wenn man sich anschaut, wie es zum Beispiel auch, guckt sich Berlin an, Lageso, wie es da läuft, chaotisch. Das hat doch in Richtung Vorpommern alles sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt kommen natürlich die Flüchtlinge auch in die Stadt, die jetzt einen Asylstatus bekommen. Die können natürlich hier auch dezentralisiert untergebracht werden, weil Schwerin auch genug Wohnraum hat. Also für die WGS doch eigentlich gar keine schlechte Sache. Ja, gut, das kann man so sagen. Ich finde, man sollte mit dem Leid von Flüchtlingen jetzt nicht unbedingt Geschäft machen. Aber nein, de facto ist es natürlich so, das Land unterstützt ja auch die Unterbringung. Das Landwirte und Vorpommern ist eins von drei Bundesländern, das also die Vollkosten auch erstattet, sodass für die Kommunen dort keine zusätzlichen Kosten entstehen. Jetzt stehen andere Fragen auf der Tagesordnung, beispielsweise die Kita-Schulentwicklungsplanung vorzuschreiben, weil wir natürlich auch minderjährige Flüchtlinge haben, die in die Kita in die Schule gehen müssen und erfreulicherweise ja auch noch sowieso ein positives Bevölkerungsentwicklung haben, mal losgelöst von der Flüchtlingsfrage. Und von daher sind das jetzt aus meiner Sicht eher die Themen, die uns auch als Kommunalpolitiker beschäftigen werden. Ja, erstmal bei den positiven Themen zu bleiben. Wir haben auch wenige Arbeitslose in Schwerin. Woran liegt das, Ihre Meinung nach? Das hat sicherlich vielerlei Gründe. Wir haben in Deutschland allgemein eine sehr wirtschaftlich positive Entwicklung. Auch hier in Mecklenburg-Vorpommern waren jetzt ja im letzten Jahr, heute sind ja gerade die frischen Arbeitsmarktzahlen für den Dezember gekommen. Erstmals auch kontinuierlich unter 90.000, was das Land angeht. Sind jetzt hier in der Stadt bei 9,9 Prozent Arbeitslosigkeit immer noch zu viel. Aber aus meiner Sicht wirken sich jetzt einfach auch verschiedene Weichenstellungen aus der Vergangenheit aus. Zum Beispiel, dass wir jahrelang auch die Entwicklung im Industriepark Schwerin dort gefördert haben. Da werden wir bald tausende Arbeitsplätze haben. Das hätte noch vor zehn Jahren kaum einer für möglich gehalten. Viele kleine mittelständische Unternehmen investieren ja auch, suchen Arbeitsplätze. Und von daher sind das sicherlich die Hauptgründe auch für diese Entwicklung, dass wir mehr Arbeitsplätze auch in Schwerin haben. Ja, wo gibt es eher mal nach Probleme, was Arbeitsmarktentwicklung, was wirtschaftliche Entwicklung anbelangt? Ein Stück weit, wir haben es im Vorgespräch ja auch kurz gehabt, die Innenstadt selbst, da ziehen bloß noch Institutionen aus, kleinere Wirtschaftsunternehmen wie Cafés und so weiter verschwinden immer mehr. Die Entwicklung sehe ich auch ein Stück mit Sorge. Also gerade was jetzt die Innenstadt angeht, denn wenn dann immer mehr Cafés, Restaurants schließen und dann Banken und Versicherungen nur noch kommen, das ist ja wirklich schwierig, gerade was die Innenstadtbelebung angeht. Und wenn ich mir jetzt so anschaue, Diskussionen, Factory Outlet Center in Wittenburg, wenn das so umgesetzt wird, wie es geplant wird, dann hat es natürlich auch ganz konkrete Auswirkungen auf Schwerin und auf den Einzelhandel hier. Und deswegen haben wir da eine sehr kritische Position. Und da müssen jetzt auch Gespräche mit dem Land und dem Landkreis geführt werden, dass das so nicht umgesetzt werden kann. Die Gespräche mit dem Land wurden ja im letzten Jahr ja auch, wie gesagt, in der Stadtvertretung, man hat da mit einer Stimme gesprochen, man war sich einig. Auch was den beratenden Beauftragten anbelangte, der die Stadt sozusagen Einsparempfehlungen gegeben hat, da war man sich einig, hat gesagt, hier ja und hier nein. Wie ist da der Stand? Sind da die Fraktionen nach wie vor einig, was die Themen anbelangt? Ja, die Haushaltsberatung im Dezember haben es ja gezeigt, dass wir da nicht ganz einig sind. Also wir haben den Haushalt ja beschlossen mit den Stimmen der drei großen Fraktionen, also CDU, Linke, SPD, Unabhängige und Grüne haben nicht zugestimmt. Das fand ich sehr schade, weil wir auch wichtige Investitionsprojekte auf den Weg gebracht haben. Stichwort Goethe-Gymnasium. Stichwort auch Judo-Halle, Boxhalle, Landrechtsgrund. Stichwort Roganer Straße. Also von daher wäre es aus meiner Sicht doch gut gewesen, wenn wir den Haushalt auch mit einer größeren Mehrheit beschlossen haben. Aber gut, das war nun mal nicht möglich. Insgesamt, glaube ich, war es positiv, dass wir die Konsolidierungsvereinbarung auf den Weg gebracht haben mit dem Land. Und da hat sich die Verwaltungsspitze ja auch viele, viele Jahre gegen gewehrt. Wir haben ja schon vor Jahren da Druck gemacht und gesagt, wir brauchen dieses Geld, weil wir kriegen jetzt vom Land, wenn wir die Einschwerziele erreichen, insgesamt 24 Millionen Euro. Die hätten wir schon früher auch für Schwerin regenerieren können und jetzt halt etwas später. Auf wie viele Jahre verteilt? Auf fünf Jahre. Auf fünf Jahre verteilt, 24 Millionen. Das wird den Stadthaushalten noch nicht sanieren. Wir hatten es auch im Vorgespräch nochmal, die eigentlichen Probleme von Schwerin sind die extrem hohen Ausgaben für Jugend und Soziales. Braucht man da nicht auch so einen Beauftragten oder jemanden, der das mal überprüft letztendlich und die Stadt auch vielleicht berät, wie man diese Kosten absenken könnte? Da soll jetzt ja ein Controlling geben im Jugendbereich. Zu spät, aber immerhin. Und ich habe es auch in meiner Haushaltsrede in der Stadtvertretung gesagt, wir warten natürlich jetzt auch vom neuen Dezernenten. Der hat jetzt, der Welpenschutz von der Tage ist jetzt abgelaufen. Aber da müssen natürlich auch Lösungen her, weil es nicht sein kann, seit Jahren beklagen wir es einfach, dass die pro Kopf Ausgaben höher sind als in anderen Städten und Kreisen und wir keine Lösung haben, warum es so ist. Keiner kann uns das so richtig erklären. Und das sorgt natürlich bei den Ehrenamtlichen Stadtvertretern für sehr, sehr viel Unmut. Und deswegen erwarte ich da jetzt natürlich auch, dass da Lösungen auf den Tisch kommen. Wie diese Kosten gesenkt werden können, die sich natürlich noch ein Stück weit dadurch verstärken, dass wir jetzt auch viele minderjährige, unbegleitete Flüchtlingskinder hier haben, die unter 18 sind und auch hier natürlich betreut werden müssen, die auch natürlich auf diesen Kosten für den Jugendbereich mit angerechnet werden müssen. Ein Stück weit hat das natürlich auch damit zu tun, dass man in Schwerin vielleicht übersensibilisiert ist, was dieses Thema anbelangt. Natürlich Jugendbetreuung vor dem Hintergrund von Lea Sophie, man kann es ja auch offen ansprechen. Wie wirkt das nach? Das wirkt sicherlich schon noch nach und das ist sicherlich auch richtig. Und keiner will jetzt da irgendwo ja auch die Leistungen einschränken. Aber es muss schon die Frage mal gestattet sein, warum es andere Kommunen günstiger machen. Und das wird sicherlich auch eines der Themen für dieses Jahr sein. Ja, also wie gesagt, 2016 wird ein spannendes Jahr, ein Wahlkampfjahr auch. Trotzdem natürlich, Sie sind in der Stadtvertretung tätig. Was werden da die Themen sein, die Sie aus der CDU heraus nach vorne bringen wollen? Na ja, erstmal glaube ich, es ist wichtig bei allen Wahlkampfen, dass wir unsere Arbeit machen. Ich glaube, die Menschen unserer Stadt hätten jetzt kein Verständnis dafür, wenn wir jetzt bis zum 4. September hier Dauerwahlkampf machen. Es gibt noch viele, viele Themen zu lösen. Ein paar haben Sie jetzt schon angesprochen, das ganze Thema rund um die Flüchtlinge. Das wird sicherlich auch uns als Kommunalpolitiker weiter beschäftigen. Thema Theater, die Landesbeteiligung gibt es zwar ja gute Signale in Kabinettsentscheidungen kurz vor Weihnachten, aber das muss auch alles jetzt in trockenen Tücher gebracht werden in den nächsten ein, zwei Monaten. Dann auch das Thema, was wir sehr unterstützen, erneute Buga-Bewerbung. Da ist jetzt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben und da erwarten wir auch dann im Jahr irgendwann diese Ergebnisse. Ich finde, das ist eine große Chance. Und wir müssen in Schwerin aus meiner Sicht vielmehr auch darüber reden, wo wir hinwollen und nicht nur den Sachstand jetzt verwalten, sondern uns auch Gedanken machen, wie wir unsere Stadt noch weiter voranbringen. Und erneute Buga-Bewerbung wäre aus meiner Sicht so ein Thema. Warum nicht gleich internationale Gartenbauausstellung? Ich glaube, das Thema Buga hat hier einfach mal ein gutes Standing. Und ich glaube, mit der Marke fahren wir hier ganz gut. Und ich glaube, es hat eine hohe Akzeptanz hier. Deswegen Buga und nicht IGA. Wir haben ja gerade in der Sendung gesehen, wir hatten eine Satiresendung, heute gemacht, eine Satirebeiträge. Da haben wir auch einen Beitrag über das Weltkulturerbe gemacht. Wir haben gesagt, Schwerin hat ja nicht nur einen Weltkulturerbestatus für das Schloss verdient, sondern sogar den Weltwunderstatus. Das war natürlich ein bisschen übertrieben. Was für Chancen geben Sie dem Weltkulturerbe? Und was für einen Zeitraum muss man da vielleicht auch einplanen? Das wird sich noch einige Jahre dauern. Ich glaube, mit der Bewerbung sind wir da gut aufgestellt. Gar keine Frage. Ich glaube, jetzt muss es darum gehen, ein Stück weit noch die Begeisterung hier bei den Menschen in der Stadt zu erwecken. Es gibt jetzt den Förderverein, UNESCO-Welterbe, wo sich ja auch viele engagieren, viele Schwerinerinnen und Schweriner. Und ich glaube, darauf wird es auch ein Stück weit jetzt ankommen. Ich glaube, das lebt auch so ein bisschen von der Begeisterung hier vor Ort. Und wenn wir auch alle dann an einem Strang ziehen und ein bisschen mehr Gas geben bei dem Thema, ich glaube, dann haben wir da auch gute Chancen. Ja, Vermarktung von Schwerin wäre dann das letzte Thema, auch vor dem Hintergrund der Weltkulturerbe. Gibt es da noch Ideen, gibt es da noch Sachen, die man 2016 noch anders machen könnte, wo man noch mehr Energie reinstecken könnte? Naja, die Tourismuszahlen, die waren ja für unsere Stadt jetzt nicht so sehr positiv. Die sind ja rückläufig gewesen im letzten Jahr. Von daher zeigt es ja, dass da Handlungsbedarf auch ist. Ich finde es schon mal ganz hervorragend, dass es jetzt diese private Marketinginitiative gibt, dass sich also auch die Privatwirtschaft hier einbringt, in Zusammenarbeit mit der Standmarketing. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Und da gibt es ja auch schon die ersten guten Ergebnisse. Und das muss jetzt um meine Sicht jetzt verstetigt werden. Und wir müssen ja alles natürlich tun, dass wir als Schwerin attraktiv sind, auch für Touristen und Gäste. Davon leben wir. Und wir müssen uns natürlich vor allem darum kümmern, dass wir in der Nachsaison Angebote haben. Und da sage ich ja schon seit einiger Zeit, wir brauchen noch mehr Kooperation mit dem Umland, weil natürlich in Schwerin ist das auch begrenzt. In einem, anderthalb Tagen hat man auch einiges hier schon gesehen. Da muss ich halt dann interessante Pakete packen mit dem Umland. Sei es die Schlösser, die wir im Umland haben. Denken wir mal an Wismar oder an den Skipark in Wittenburg. Also da gibt es ja durchaus auch Angebote, die zum Verweilen hier in der Region noch einladen. Ja, das heißt mehr überregionales Marketing auch. Und vielleicht eine Marke schaffen. Es gab ja immer schon Anläufe dazu. Schweriner Seenlandschaft zum Beispiel. Zum Beispiel. Es sind jetzt ja erstmals, das hat ja bei Nottebaum dankenswerterweise auch geschafft, dass alle unter einem Dach sitzen. Also auch Regionalmarketing sitzen jetzt alle in Schwerin. Also dass man zumindest da jetzt auch in einem Strang dann zieht. Also das ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Wir haben die Ostseeküste, die sehr präsent ist, die sich auch gut vermarktet. Wir haben die Mecklenburgische Seenplatte. Und wir müssen einfach auch schaffen, dass wir ein Stück von dem Kuchen abbekommen, weil die Tourismusentwicklung im Mecklenburg-Vorpommern insgesamt, die ist ja hervorragend. Also sind da Spitzenreiter, jedes Jahr tolle Zahlen, viele Menschen im Land. Und wir müssen da sehen, dass wir einige von denen, die an der Ostseeküste sind, dann auch nochmal für ein, zwei oder drei Tage in der Schwerin bekommen. Gut, 2016. Was möchten Sie persönlich erreichen, 2016? Natürlich abgesehen davon, dass Sie in den Landtag möchten. Ja, ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass wir als Stadtvertreter hier unsere Hausaufgaben machen. Ich glaube, die Leute erwarten das. Das Thema Haushaltskonsolidierung ist aus meiner Sicht da ein ganz, ganz wichtiges Thema. Weiterhin darauf zu achten, dass wir weiter investieren, auch in Bildung, in Sportstätten. Und dass wir einfach auch schauen, dass wir mehr Unternehmen aus Schwerin bekommen. Dass wir da gute Verkehrsinfrastruktur haben, auch eine gute Internetanbindung. Das ist heute eigentlich genauso wichtig. Und dass wir einfach uns darum kümmern, dass weniger Leute auch pendeln müssen. Das sind immer noch sehr, sehr viele. Und ich glaube, wenn es hier mehr attraktive Arbeitsplätze geben würde, dann würden noch mehr Schwerinerinnen und Schweriner hier auch in Schwerin arbeiten. Ja, Herr Ehlers, an dieser Stelle erstmal vielen Dank für das Interview. Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Sie können Herrn Ehlers natürlich hier in Schwerin auch immer wieder auf der Straße treffen und ihn dann auch mal direkt ansprechen. Bis zum nächsten Mal.